Das sind Dinge, die immer wieder vorkommen und in solchen Situationen bringen wir uns. Darum geht es jetzt gar nicht, finde ich. Wir haben schon ordentlich angefangen, dann kriegst du wieder, mit dem ersten Angriff hast du das Tor nach zwölf Minuten. Das ist natürlich auch ein Beschissen. Dann fängst du wieder, kommst du wieder in so eine Schleife rein, was du jetzt mal verhindern musst. In die Lage musst du kommen, erstmal kein Tor zu kassieren. Wir müssen ja immer drei schießen, um letzten Endes zu gewinnen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir dazu nicht in der Lage sind, dass wir die Mittel auseinanderzunehmen, jetzt so drei Tore mal zu machen, jetzt im Moment nicht zeigen. Deswegen müssen wir den Ansatz anders wählen. Ich glaube, dass der Ansatz mit dieser Spielweise nicht erfolgreich ist. Und darum geht es, nicht um eine einzelne Leistung.